Da! Yay, Hühner! Verteilt euch! Lauft, meine Minions des Todes! Lauft, verteilt euch! Verbreitet Angst und Strecken! Jawohl, Heidenei und Moinsen! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mindfaction! Und wenn ihr euch jetzt fragt, was soll diese behinderte Begrüßung? Ich habe noch zwei andere Leute dabei im TS. Mit mir dabei sind unser neuestes Mitglied Danox. Hallo und Jawohl! Der Erik! Ja, hier ist das originale Heidenei. Das originale Heidenei! Und ich glaube, ich bin auf die Falschasse gekommen und habe dein Jawohl ein bisschen abgeschnitten. Oh nein! Doch! Oh nein! Oh, oh, oh! Alter, bei uns leckt es so brutal in der Stadt, einfach nur, weil wir einfach einen Turm haben, der komplett voll mit Hühnern ist. Wann nimmt denn der Kollege die nächste Folge auf? Ich weiß es nicht, Gonrell ist im Moment irgendwie ein bisschen verhindert. Der baut seinen neuen Rechner irgendwie um. Wo heißt die jetzt? So, ja den Braucher jetzt wegen dem Ganzen. So! Nein! Da steht der Dreck neben mir. Er schreckt dich nicht! Ja, gib mal Dreck hier in Stadt Schwarz, oder? Ich komme sofort, ich komme sofort. Ich habe Angst davor. Ja? Warum sehen die anders aus? Der stadtgründige, stadtgrün Besitzer muss das doch wissen. Ja, ich weiß es auch. Ja, okay, du darfst vorlaufen. Okay. Wenn du jetzt stirbst, erst mal rüberspringen. Klar, natürlich. Oh, Ruckel. Ich habe heute gerade kein Schwert zur Hand, das würde ich gerne ändern. Ah, wir kommen schon vorbei. Bist du schon? Achso. Das haben wir hier extendet. Ich nehme einfach mal ein Steinschwert in die Hand, ne? Das passt schon. So, komm ich rüber. What? Ah! Ich glaube, ich war schon mal ein Schatzschwert. Oh, willst du essen? Ey, werf mich mit deinen Eiern nach mir. Oh, das kann ich eigentlich auch noch machen. Ich bringe noch ein paar Eier mit. Du grüßestgeschenk. Stadtgrün liebt Eier sowieso. Also, wenn du Eier hast, immer einfach in Stadtgrün reinwerfen. Einfach rein. Achso. Ja. Äh, hier. Korrekt. Einfach rein. Die freuen sich immer drüber. Das ist Stadtschwarz. So geil aus hier mit dem ganzen Bambus. Ja, ich weiß. Ich finde das auch extrem geil. Und ich habe einfach gar nicht mitgeholfen. Ich bin gleich am Start. Wartet kurz. Echt Hammer, muss man sagen. Und dass sich hier dieses komplette Design durch die ganze Stadt zieht, ist der Hammer. Ja, finde ich auch. Und ich habe gar nicht mitgeholfen. Das war, glaube ich, fast alles sowieso Re-Ghost, wenn ich mich nicht irre. Total. Ja, das soll ich sagen. Ist natürlich extrem cool. Ist geil, muss man sagen. So, warten wir noch auf den Kollegen hier und dann zeigst du uns mal deine... Moment schon, ich musste euch noch kurz ein paar Eier mitbringen. Ja, also, wenn man Stadtgrün schon besucht, dann muss man auch Geschenke eiern mitbringen. Ich bin gerade schwarz. Ja, aber ich mache da noch einen Abstecher zur Stadtgrün und dann läuft das. Ich bin hier der Vertreter aus Stadtgrün. Wir sind gerade Team, was war das? Team Sansibar. Tansania. Ja, in Sansibar, glaube ich, passt noch besser. Schwarz, grün, blau. Ist nämlich auch die Flagge davor. Oh, nee, warte, das ist grün. Wo seid ihr denn schwarz? Ach, ihr seid da hinten in diesem Turm, ne? Geil. Bestimmt. Was machst du denn schon wieder, hä? Hä? Dreh nicht unser Buch. Ich konnte hier den Creeperkopf scannen, der hat richtig viel gebracht. Ja, da kenne ich mich noch überhaupt nicht so mit aus. Hey, da bin ich. Hallo. Oh. Ach, da ist er hier, der Prinz. Ja, wieso leck das? Deine Eier nach uns. Hier kommen keine Eier, wo sind... Da. Yay, Hühner. Verteilt euch. Lauft, meine Minions des Todes. Lauft, verteilt euch. Verbreitet Angst und Strecken. Nein. Nein. Ein Apfel. Nicht den Erik angucken. Nein. Hier, ich bin euer Herr. Guckt mich an. Siehst du, die sind hier schon auf mich geprägt. Mitkommen. Gehorcht mir. Der guckt mich an. Gehorcht mir. Okay, du darfst dich schämen. Du darfst in die Ecke. Nein. Okay, in die Ecke. Verdammt. Nun gut, egal. Äh, was sind denn das für Fackeln? Das, äh, wie, das sind normale Fackeln und da drauf ist, glaube ich, nochmal so ein Bambus-Dingens. Das sind aber so dumme Fackeln, ne? Hä? Ja, keine Ahnung. Frag mich doch nicht. Ich hab die Fackel ver... Ich hab die Fackel ver... Ich hab die Fackel vergespielt. Hast du jetzt eine Fackel abgebaut? Hier, regelwidrig. Nichts abbauen. Hä, warte, warte mal. Wo gehören sie dir rauf, hier, ne? Hier, da oben. Ja. Hä, guck mal, meine sieht nicht schwarz aus. Schön, schön. Hallo, guck mal, jetzt passt es gar nicht mehr zusammen. Ich hab das Stadtbild zerstört. Mach die. Wie cool, die aussieht, bitte, die Stadt. Ist geil, oder? Alter, Latz. Hier allein schon. Du hast vorgelegt hier. Komm fast anstatt grün ran. So, wo ist denn jetzt hier dein, äh... Ja, mein kleines. Ich hab echt, ehrlich gesagt, hab ich gerade mal das von dem, äh, Rock Place, musste ich ja übernehmen. Ach stimmt, der ist nicht mehr dabei, ne? Irgendwie. Genau, und ich will, ich bin gerade dabei, das Loch auszubauen und will dann eigentlich, dass, äh, vor dem Loch noch ein anderes Haus bauen. Also ein richtiges Haus. B-Strauch. Alter, wie cool das bitte ist, ey. Alter, Latz. Oh, Äpfel. Ja, das tut weh. Habt ihr so SP-Sträucher? Weiß ich nicht. Ist doch der da. Ist doch S-Strauch. Ja, ich konnte den irgendwie nicht abfahren. Ja, der ist auch noch nicht groß. Erst mal, erst mal bei uns abfahren wollen. Ja, alles in Bambus, voll geil. So, das ist mein Loch. Da hat einmal, oh, oh, oh. Ich hab was geschenkt bekommen. Ey. Tadele lässt grüßen. Da hab ich was geschenkt bekommen. Nicht schlecht. Das ist ein Swordsorter, sag ich. Oh, guck mal, hier ist der Eier, du chestplate. Hey, wer's findet, darfst du behalten? Ja, die hab ich sogar von dem, die, die, die stand da schon. Tedrick, oder was? Oh, guck mal, hier, Essensberry, hier ist noch ein EP-Busch. Der hätte ich mehr, das war's nicht. Ja, den hab ich angebaut. Ihr seht mich nicht. Lol. Zumindest nicht, wenn ihr es auf Fancy habt. Hallo. Is an a Mason, ne. Ja, und hier geht's eigentlich überhaupt nicht mehr weiter. Das hat er nur, der Rockplace, noch gebaut. Und hier ist ein Lavasee und ist ein Ausgang. Nice. Lava, da kann ich erst rein drin sterben. Bäh? Gut, aber statt Schwarz sieht ja schon ziemlich krass aus. Oh, guck mal, wir bekämpfen die Spinne, komm. Oh, 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 Ramob, 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 irgendwo. Oh, 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 oh. Wie? Erik. Kommt wieder ins Loch, ich baue's zu. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Hä, wo der ist? Der Zombie war's nicht, ich bin eben in die Luft geflogen. Hier ist irgendwas. Weiß doch drauf. Oh Gott, guck mal, dreh mal hinter dir, Erik. Ach, das wirst du schon. Oh Gott. Scheiße, kommt hier wieder rein. Boah, wie viel kommt da? Fuck, Alter. Komm wieder zurück, komm zurück. Komm rein. Ich mach zu. Heilige Scheiße. Was habt ihr da wieder angelockt? Wir ziehen echt das Unglück an. Kann das sein? Ich weiß doch, warum ihr so oft sterbt. Ihr wollt einfach richtig sterben. Jetzt brauchen wir noch Bubbles. Wir überlegen, ich schwirr. Oh, oh Gott. Die reinigen uns die Türen ein. Du Arsch. Leute, was machen wir jetzt? Wir müssen hier raus. Leute, wir müssen Kekse essen. Wir müssen Eis essen. Oh Gott. Ich lege mich schlafen. Ja, warte. Ich spritte schnell nach Hause. Wie ein Eis für dich. Habe ich noch Eier? Wieso habe ich keine Eier mehr? Ja. Das ist eine gute Frage. Nein, hier ist nur der Baum. Oh, aber hier ist gut ausge... Hier ist der Tag hell bei euch in der Stadt. Hm, es ist auch irgendwie Tag hell. Hä? Wieso haben wir jetzt wieder morgen? Loll, stimmt. Hä? Als ob es gereicht hat, dass einer schläft. Loll. Das klappt bei uns nicht. Das klappt... Irgendwie klappt alles nur in Stadt Schwarz. Ja, alles klappt in Stadt Schwarz. Und ich weiß jetzt, dass wir in dem Geheimausgang eine Tommy-Invasion erwarten. Ja gut, das wird ja gleich despawn alles. Oh, wie geil ist denn das Dach hier von dem Haus? Von welchem Haus denn? Wo bist du denn? Mit den Stufen und sowas. Ach. Wo bist du denn schon wieder hingerannt? Oben. Oh, ja, ach da. Beim Portal. Wie cool. Das ist ja mal eine geile... Oh! Alter, dazu wäre ich da halt einfach weitergefallen, wäre ich gestorben, ne? Ey. Es gibt doch eine Bestrafung, weil man Leute tötet, oder? Ach nee, gar nicht. Falsches Projekt. Ja, wisst ihr, das ist ein PvP-Projekt. Das gibt bestimmt nur Bestrafung, wenn man Leute tötet. Ey. Ey. Du darfst doch keine Blöcke abbauen, mein Freundchen. Keine Aufbauen. Ey, nein, nein. So. Mann, ich weiß... Nein, nein. Oh. Das Haus hat kein Wohl. Äh, ja. Okay, so Leute, ich muss mal wieder zurück in meine Stadt hier. Ich muss jetzt auch was schaffen. Hier, ich schenke euch das Steinschwert. Ich weiß echt gar nicht mehr. Hä? Ich weiß nicht mal... Ich weiß... Die hatten irgendwo noch eine XP-Farm, aber ich weiß nicht mehr, wo die war. Ich wollte eigentlich... Warum hat das Haus keinen Boden? Oder in welches? Huch, hier ist ein... Fussel, hier ist ein... Ein Pferd. Ein Pferd? Ein gesatteltes Pferd steht hier in der Hauptstadt rum. Lol. Aber das sind doch geschützt, die in der Hauptstadt. Ja, ja, klar. Ich kann ein wenig auf Fussel reiten. Oh Gott, das klingt irgendwie ein bisschen falsch. Hä, lol. Hä? Das ist crazy. Wo ist der Boden hin? Vielleicht hat der den Boden rausgerissen und ist dann gestorben. Äh. Äh. Okay, so, auf jeden Fall, was brauche ich denn? Ich wollte mir ja noch einen Cleaver bauen. Äh, warte, hier, ich baue... Aber zwei reichen nicht für meine Lüge. Das war natürlich super intelligent von mir wieder mal. Ich darf hier nichts abbauen. Ich brauche erst mal ein neues Schwert. Ich muss mir erst mal ein neues Schwert holen. Wie mache ich das? Ich brauche ein neues Schwert. Muss ich auch gleich, ja, muss ich auch gleich mal hier, nee, bei dem, bei dem. Ich hätte bedanken, dass er mir sowas geschenkt hat. Und ich bin immer noch immer überlegen, wo war die XP-Farm? Oh, oh. Ich höre schon wieder die Zombies. Lol. Ich brauche ein neues Schwert, geil. Ähm... Warte mal, was ist das? Geil. Okay. Wie viele Teammitglieder seid ihr denn jetzt in Stadt Schwart aktuell? Ich glaube gerade drei oder vier sogar. Ich weiß, ich glaube vier jetzt wieder. Mit mir. Okay. Cool. So, gehen wir mal zum Corona, oder? Jetzt Stadtblau, komm. Ja, stimmt. Ich bin gerade ein bisschen am Rumreparieren hier für mein Dings. Ich glaube, ich packe mir erst mal noch mal ein Modifier auf meine tolle Schlitzhacke. Aber warte, ich hole mir erst noch mal eine neue Ausrüstung. Okay. Ähm, hier. Nee, das ist Aluminium Brass. Gold Ingot. Da haben wir noch einen Block of Gold, oder? Ja. Stadt. Blau. Zack. Da muss ich aber echt mal sagen, ne, ne? Danke, Teddy. Ja, das ist nett von ihm. So als Willkommensgeschenk. Ja. Schon cool. Ja, schon gar nicht so uncool, ne? Ja, der Danox, der ist ja ganz neu dabei. Das ist jetzt erst eine vierte Folge, muss man dazu sagen. Und, äh, ich glaube, ich müsste meine Videobeschreibung schon aktualisiert haben. Also, wenn ihr mal bei ihm vorbeischauen wollt, steht er auch unten in der Videobeschreibung. Hier ist ein Huhn. Stirb! Schnelles Thema wechseln. Ja, Fremdwerbung hier, was ist es so? Äh, blau. Finde ich gut. Nein, ich hab echt gar, 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 gar kein Holz. Das regt mich auf. Ups. So, mein Knapsack. Äh, wo ist denn da, Ball of Moss? Oh, ist es hier am lecken? Gibt es es denn? Bei mir, hier in der Stadt, ne? Ja, ja. Übel. Schau mal in den Turm rein. Hier gibt es irgendwo eine Treppe von der, neben dem Dings. Aber ihr seht schon, die Blau ist relativ unproduktiv, ne? Ich bin leider noch nicht da, weil ich echt gerade gemerkt habe, dass ich gar keinen Platz habe. In den Winter. Der Enderman hat mir gerade mein Schwert weggenommen. Was ist denn das für eine Tricksal? Und jetzt hat er geschrieben hier, I'm back, follow me. Haha, du musst ihn mit einer anderen Waffe rechts klicken. Der gehört, ja guck mal, der gehört sogar mir, er hört auf meine Befehle. Nein, tut er nicht. Geh hinten ist der. Einfach jetzt mit einer, hä? Ja guck mal, der gehört mir. Ah, dann geben wir ihm was anderes. Der hat mein Schwert. Ja, warte, warte, warte. Wie cool einfach, erstmal. Oh, jetzt habe ich auch ein schönes neues Extended Iron Spurt. Mann, schwer, den Felschmer hochgelaufen. Läuft bei dir. Was kriegt der denn? Er kriegt mal ein Eisenschwert. Regnet das in Stadtblau auch? Ja. Komm. So, pass auf, warte. Ich bringe dir jetzt mal ein Schwert zurück. Wo ist er? Da. Das Regnen führt natürlich dazu, dass es noch mehr ist. Ja, da ist es. Wie komme ich denn auf den Berg? Danke. Auf die was? Auf den Berg zu eurer Fraktion. Da so nach oben. Äh, nee, da ist unten eine Tür. Da ist unten eine Tür? Und wo ist die Tür? Warte, ich hole dich ab. Alter, hier sind so viele Hühner drin, die backen so alle raus. Gibt es denn? Ja. Kletter mal bitte rauf. So, wo bist du denn? Hey, wo bist du denn hier? Komm mal rum hier. Komm mal in die Stadt hier hoch. Ich kletter gerade, ich kletter gerade den Berg hoch. Was? Nein, hier, komm mal her. Ich bin nicht, ich bin auf eurem Haus. Komm mal runter da, ich seh dich doch. Hallo. Da bist du völlig falsch, leider. Au. Ach so, da unten. Hier, komm, schön, schön Jump ins Wasser. So, und dann geht es hier nämlich rum. Ich hab das Feld kaputt gemacht. Egal. Komm, 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 komm. Ah, da hieß rein. Bartz. Ah, verdammt, ich wollte dir die Tür vor der Nase zuknallen. Man muss schon treffen. So, und dann haben wir, hier ist ziemlich eng alles. Und jetzt hier durchs Dings. Ah, okay. Wo seid ihr? Ah, hier sind sie. Oh, Gott, wir haben schon 14 Minuten. Ich hab noch nichts geschafft. Ja, das erste, was ich sehe, sind einfach die Milliarden Hühner. Ja, kommt mal mit, kommt mal mit, kommt mal mit. Ihr müsst hier mal hoch. Juck. Jetzt, bei mir leckt es ja schon in den Folgen. Jetzt soll ich da noch rein? Nee, nicht rein. Nur einfach hoch hier. Und dann einfach mal hier oben, Vorsicht. Guck mal, ich hab schon da, äh, keine Ahnung, 100 Hühner getötet oder so. Das ist bestimmt total die Frame-Einsturzfalle. Willst du das mal austesten? Lieber nicht, aber da fällt zu weich wahrscheinlich. Und ich hab da schon über 100 Hühner getötet. Was? Geil, oder? Warum? Was macht Eric, Eric? Der läuft ja einfach mal rum. Ich check hier einfach nur die City aus. Wem gehört eigentlich dieser, äh, die Leiter hier ins Nichts quasi? Ach, das hat auch Gondrel gebaut. Alles, was hier hässlich ist, gehört Gondrel. Ja, muss man so sagen. Oh, nein, fast das sieht's, sorry, aber irgendwie stellst du einfach nur überall Türme hin. Kleine Häufchen. So, jetzt muss ich hier nochmal so Büsche ernten. Boah, wie das leckt. Die kann man übrigens ja auch stapeln. Ich dachte eigentlich, die vermehren sich, aber jetzt würde die sich nicht vermehren. Oh, wer baut dann da hinten das schöne Schiffchen? Das ist Dubi. Ah, das mach ich gleich mal hier, einmal. Einmal hier die Reihe durch. Eric, was machst du da unten schon wieder? Was hast du da unten schon wieder entdeckt? Ja, ich check jetzt hier, dass, äh, ist aus. Ach, das geht gar nicht, man kann die gar nicht übereinander setzen. Das ist natürlich, okay, na gut. Hä, wie willst du jetzt die dahinter abernten, du Mongo? Na, das geht schon. Ne, ich wollte sie oben drauf setzen, aber man kann die nicht stapeln anscheinend. Egal. Hier schnell wieder raus. Oh, ich muss hier noch irgendwie, ein bisschen Fleisch trockenen. Könnte noch was werden hier, das Schiff. Könnte noch was werden. Hast du Fleisch trockenen? Ja, das geht. Du kannst es da hinhängen, dann trocknet es und dann wird irgendwann, ähm, Dings draus. Äh, Beef Jerky. Ja, dann kannst du es essen. So, das wird gedingst. Iron wird auch geschmolzen und noch ein bisschen davon. Hier erstmal wieder ein paar Level holen. Habt ihr so XP Bäume, äh, Büsche? Ja, hab ich grad geerntet. Oh, cool. Der Skyberry-Busch ist im Ziel gewachsen. Wie kann man die denn, äh, wie kann man mehrere XP Bäume, muss man die, äh, muss man die finden, oder? Ja, die musst du alle finden, leider. Ja, die wachsen aber auch, aber nur unter bestimmten Lichtverhältnissen, meine ich. Nee, nee, die wachsen, also die vermehren sich nicht, nee. Leider. Echt nicht? Nee. Ja, leider, leider ist das so. Ah, ah, ah. Ich hab Eige in den Augen bekommen. Na. Äh. Oh, diese Amateure hier. Hier stand mal Holika schön, hab's kaputt gemacht. Ja, das ist von mir. Uh, hier oben ist auch schön. Wem gehört denn das hier oben auf dem Berg? Äh, was, das, das ganz oben? Stimmt, das hier oben ist ein total tolles Haus. Dieses riesige Haus, das gehört Holika. Das, warte, ist da irgendjemand? Das, was da so im Berg drin ist mit Glas und den weinen Feldern, das gehört mir. Also da, wo ihr seid, nicht. Und der Baum hier, der riesige. Das ist, das ist Holika alles. Das hatten Fluren soweit, hatten das, glaub ich, mal komplett pink eingekleidet. Ja, es gibt pink. Da war Holika eine ganze, äh, eine ganze Folge nur beschäftigt, das wieder abzureißen. Na, die Bäume sind hier überall noch pink. So. Obsidian, warte mal, was ist denn, was schmerzt die denn gerade? Iron. Kupfer, äh, nee, so viel Aluminium-Brass brauchen wir gar nicht. Das heißt, ich muss das Team einschmerzen. Das wird auf jeden Fall ein richtig fettes Haus hier. Wenn der irgendwann mal fertig ist. Oh ja. Guck dir mal den Baum an, einfach. Das ist ein normaler Baum? Der hätte da selber ausgebaut. Ich glaub, der hat mehrere Bäume aneinander gepackt. Oder meinst du auch, so ein neuner Baum entsteht so ein riesen Ding? Keine Ahnung, was der Baum hier gemacht hat. Aber irgendwie muss der gewachsen sein. Ich glaub, das ist so ein, ah, das ist so ein Special Baum. Der wird so riesig. Specialty Daffery Baum. Mhm. So, ein bisschen abholzen. So. Ich komme, die liegt doch hier. So, jetzt muss ich gucken, dass meine ganzen Hopseed-Bäume noch, ähm, gewachsen sind. Ja, ich glaub, ich hab, äh, ich hab einfach nichts geschafft in den, in den, in meinen ganzen Folgen. Aber ich kenne alle Städte. Oh, das ist sehr gut. Äh, warte, ich hab jetzt auch mal hier, auf der Karte, kann ich ja mal ganz kurz gucken? Oh stimmt, die muss ich mal wieder anfangen. Okay, das ist, das ist, das ist Stadt Schwarz hier. Sieht aus wie eine Inka-Stadt von oben und das ist Team Grün. Ne, das ist die Hauptstadt. Was ist das nicht auf der Karte? Wo ist denn Team Grün? Oh, Team Grün ist ja ganz oben. Oh, Schwarz, wir sind Nachbarn. Hast du dir etwa überall ein Pümpchen gesetzt? Ne, du musst einfach nur ganz doll rauszoomen. Achso. Okay. So, und jetzt sind wir bei 19 Minuten 50 ungefähr. Na, nicht ganz, aber ungefähr, ja. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Deswegen werde ich nochmal ganz schnell. Gewonnen, ganz schnell. Meine Güte. Verdammt, wie komme ich da nochmal hin? Ach da. Wir versuchen nochmal ein bisschen Ding zu holen. Wie kann es denn sein, dass ihr alle Enderminions habt? Wie kann ich denn auch Enderminions haben? Ja, einfach mit Äpfeln zähmen. Ah, okay. Die muss, die finde ich... Die laufen überall rum eigentlich. Normale Endermen oder wen? Ne, normale Enderminions. Die sehen schon so aus. Da gehst du einfach nur hin, drückst ein paar Mal rechts mit einem Apfel drauf und dann lieben sie dich. Die sind ziemlich leicht bestechbar. Was macht ihr? Ach, gar nicht. Hast du eine dicke Rüstung an dir, weil ich will dich nicht töten. Ich? Ja. Ich? Nein, ich habe gar keine mehr an. Hast du eine gute... Loll. Oh, oh. Skelett, ich will nicht sterben. Ich habe noch 5,5 Hertz und ich habe nichts mehr zu essen. Der zurück in die Hauptstadt. Ist hier noch Holz drin? Oder? Habe ich noch Essen? Oh, ich habe noch Essen. Die Hauptsieblätter gehen irgendwie nicht weg. Wenn ich die ganze Zeit rumlaufe um euer Eierfarm, habe ich verdammt... Bam, bam, bam. ...habe ich zweieinhalb Stacks. Eier? Echt? Ja, schmeiß sie einfach in Team Grün, alles gut. Goldharnisch, schutzsicher. Ja, geh einfach noch schnell zu Team Grün drüber und schmeiß sie einfach da wild in die Stadt rum. Die lieben das. Ja, aber ich habe so wenig Leben. Boah, hat der das da unten alles ausgebaut? Wer was? Wie, wo? Na, euer... euer Ding ist... Unser Haupthaus? Nein, euer... euer Wasser. Achso, nee, da sind, äh, da sind, äh, Korallenriffe drin. Achso. So, jetzt muss ich nochmal ganz schnell, bevor wir hier... Ich will gar nicht doll überziehen jetzt, Leute, hier, ähm... Deswegen sollten wir jetzt langsam uns, äh, Gedanken machen, vom Server zu gehen. Ja, das wäre auch ganz gut. Ich gehe nochmal schnell in die Hauptstadt. So, das war's auch schon. Ja, ich denke, wir sollten jetzt schnell rausgehen. Gut, Leute, dann, äh, danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei Erik und bei Danox vorbei. Äh, Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Und, äh, dann danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen. Und ich verabschiede mich und übergebe das letzte Wort an meine beiden Mitstreiter. Ja, schaut auch auf jeden Fall bei den anderen beiden vorbei. Und damit würde ich sagen, haut da rein. Und wir sehen uns morgen. Macht's gut, bis dann. Ciao. 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 Ciao.